In der heutigen Podcast-Folge geht es um Prozesse in deinem Unternehmen, die darüber entscheiden, ob und wie dein Unternehmen wächst. Du hörst den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und mit euch möchte ich heute dieser Podcast-Folge sprechen, warum du auf dem Level bist, auf dem du bist. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß. Wenn aus Smart genial wird. Wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird. Dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Business-Welt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Die Prozesse in deinem Unternehmen entscheiden über dein Wachstum. Das ist ein super wichtiger Satz. Also nochmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die Prozesse in deinem Unternehmen entscheiden über dein Wachstum. Und das Thema ist omnipräsent. Es ist in unseren Strategie-Calls, die übrigens kostenlos sind. Es ist in unseren Mentorings, in unseren Masterclasses. Es ist immer wieder ein Thema, dass die Prozesse maximalen Einfluss darauf nehmen, ob dein Unternehmen erfolgreich läuft, skalierbar ist und ein gesundes, kontinuierliches Wachstum abbilden kann. Wenn ich in die Unternehmen reinfrage, dann ist es immer so ein Gefühl, dass man sich dann doch mit den Prozessen auskennt. Und wenn ich das Ganze hinterfrage, dann komme ich relativ schnell auf den Punkt, dass es sich um die analogen Prozesse handelt, mit denen sich die Leute auskennen. Das heißt, du kannst die Leute wirklich morgens um früh um vier Uhr wecken und sagen, wie sieht es denn aus? Beschreib mir mal den Prozess von A nach B. Und dann ist das in der Regel der analoge Prozess, der wie aus der Kanone geschossen kommt und runtergebetet wird. Das kennen wir. Die analogen Prozesse, die fallen uns leicht. Was uns echt schwerfällt und auf die es tatsächlich ankommt, sind die digitalen Prozesse. Also Prozesse, die halb- oder vollautomatisiert laufen, vor allem digital abgebildet sind und entsprechend angepasst werden müssen. Und dieses angepasst werden müssen, das haben viele vergessen. Also es gibt durchaus Unternehmen, jedes Unternehmen hat digitale Prozesse, inwieweit die gut ausgereift sind, inwieweit die gut digitalisiert sind, inwieweit die sogar vollautomatisiert sind oder sogar Extended Version durch eine künstliche Intelligenz intelligenter gemacht wurden. Das mag man dann mal so bewerten für sich selbst oder am besten durch Externe, die dann nochmal mit einem ganz anderen Auge drauf schauen. Aber vor allem geht es bei den Prozessen vor allem darum, inwieweit sind sie angepasst worden. Und das ist das, was eben viele nicht auf dem Radar haben, dass die Prozesse niemals für die Ewigkeit gebaut worden sind. Aber, und da fühlen wir uns mal gerade rein in so ein Projekt, wenn solche Prozesse initiiert werden in Unternehmen, dann ist das ja oftmals ein Analyseprozess, der vorangeht. Man versteht also, oder man versucht zu verstehen, wie ein gewisser Ablauf im Unternehmen läuft, ob der jetzt analog oder schon digital war. Und man versucht dann, diesen Ablauf in Form von Prozessen abzubilden und zu automatisieren. Effizienter zu machen, effektiver zu machen und vor allen Dingen so zu machen, dass er den Output beschleunigt. Es geht eigentlich in den Prozessen um Beschleunigung. Es geht darum, schneller zu sein. Ein Produkt schneller in den Markt zu bringen. Ein Produkt schneller zu testen. Schneller neue Mitarbeiter zu gewinnen und so weiter und so fort. Es geht eigentlich immer um Geschwindigkeit. Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins. Eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien Strategie-Call in den Show Notes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-reins.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich. Hat auch viel damit zu tun, was es am Ende kostet. Auch so ein Prozess kann natürlich kostenschonend sein, kosteneinsparend sein oder sogar gewinnmaximierend sein, je nachdem, was die Aufgabenstellung ist. Das Problem ist nur, dass der Prozess, den ich vor fünf oder zehn Jahren gebaut habe, heute maximal veraltet ist. Und das ist im Grunde heute die Message an euch da draußen, die ihr einfach mal schaut in eurem Unternehmen und sagt, okay, welche Prozesse habe ich denn in den letzten Jahren gebaut? Welche von diesen Prozessen existieren denn heute noch exakt so wie vor drei oder fünf Jahren? Ich würde mal so sagen, ein Prozess, der zwei, drei Jahre alt ist, der hat es unbedingt verdient, angeschaut zu werden. Und wenn du jetzt mal hergehst und sagst, okay, wow, ich habe vielleicht 40, 60 oder mehr Prozesse bei mir im Unternehmen und die habe ich damals alle gebaut, alle dokumentiert, ich habe die Leute alle eingearbeitet, ich habe die nie verändert. Und dort ist das meiste Umsatzpotenzial, Wachstumspotenzial, Innovationspotenzial und so weiter verborgen, tatsächlich. Also wenn ihr in diese Prozesse reinschaut, dann werdet ihr relativ schnell feststellen, und deswegen habe ich vorhin auch in der einen Leitung oder im Intro gesagt, du bist auf dem Level, auf dem du bist, weil du so denkst, wie du denkst. Das ist doch ganz klar. Wenn ich ein gewisses Mindset habe, eine gewisse Denkweise auf oder für ein bestimmtes Thema, dann bin ich auf dem Level, auf dem ich bin. Und ich werde mich auf diesem Level nicht weiter bewegen können, weil ich ja nur so denken kann, wie ich denke. Versteht man das? Also wenn du denkst, wie du denkst, bist du auf dem Level, auf dem du bist. Das ist der Status Quo. Und der wird sich so lange nicht verändern, bis du anders denkst. Und zum Beispiel durch den Podcast hier inspiriert bist, mal in deine Prozesse im Unternehmen reinzuschauen, einfach mal eine externe Hilfe in Anspruch zu nehmen und zu sagen, hey, jetzt rufe ich mal die Leute da an und lass die mal in meine Prozesse reinschauen. Externe Impulse sind letztendlich, auch Coachings oder Mentorings, sind letztendlich genau das, was du brauchst, um zu wachsen, um das nächste Level zu erreichen, um dich weiterzuentwickeln. Und genau darum geht es. Also mein Impuls und meine Anregung heute an dich, völlig egal, wie groß dein Unternehmen ist oder wie alt dein Unternehmen ist, völlig egal, du fängst sofort an Prozesse zu bauen. Das ist immer so. Aber die Frage ist, wie alt sind diese Prozesse? Und beschleunigen sie dein Business, dein Wachstum, deine Reaktionszeiten im Support? Die Qualität deiner Arbeit, ist das alles mit diesem Prozess schon seit Längerem so, wie es ist? Ihr kennt ja den Satz. Ich liebe Innovation, Hauptsache es ändert sich nichts. Never change a running system. Genau solche Aussagen, die sind natürlich total Gift für Wachstum. Ich muss die Prozesse hinterfragen. Ich muss dafür sorgen, dass wenn ich sehe, okay, dieser Prozess ist, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre alt oder älter, dann muss ich mir diesen Prozess anschauen. Die Technologien haben sich verändert. Prozessoptimierungstools sind dazugekommen. Andere Cloud-Services zum Beispiel kann ich heute nutzen. Künstliche Intelligenz kann ich einsetzen. Nimm mal einen redaktionellen Prozess, um mal ein praktisches Beispiel zu machen. Redaktionellen Prozess. Der Jakob, mein Partner bei der Genius Alliance University, der würde jetzt sofort einen kleinen Vortrag darüber halten, wie du mit künstlicher Intelligenz super schnell Content kreieren kannst. Die Frage ist, arbeitest du noch mit redaktionellen Teams und brauchst du für redaktionelle Content-Geschichten Wochen oder Tage oder schaffst du es in zwei Minuten? Das ist jetzt mal so ein ganz krasses Beispiel dafür, was heute schon geht mit neuer Technologie. Das heißt, was ist dein Fokus in Zukunft? Ist dein Fokus das Schreiben von redaktionellen Inhalten oder das Managen von redaktionellen Inhalten? Kannst du nicht in kurzer Zeit viel mehr Output generieren? Kannst du nicht viel spannender sein dadurch für deine Kunden? Kannst du nicht viel mehr Reichweite aufbauen, weil du viel mehr Impulse geben kannst, viel mehr Touchpoints mit deiner Brand, mit deinem Unternehmen? All das, jetzt nur mal auf dieses eine Beispiel gemünzt, betrachten wir in der Prozessanalyse und letztlich in der Ableitung von verschiedenen Maßnahmen, um mit deinem Prozess ins Wachstum zu kommen. Also Wachstumsbeschleunigung durch die Optimierung vorhandener Prozesse oder die Etablierung oder Integration neuer Prozesse. Das ist heute mein wichtiger Impuls an euch, weil das Thema einfach bei mir immer wieder aufpoppt, in den Gesprächen mit euch. Und ich das jetzt hier einfach nochmal reingeben möchte, gerade am Anfang des Jahres, da ist das Mindset noch ganz frisch. Ihr sagt, hey, ich will sportlicher sein dieses Jahr, ich will mehr laufen gehen. Ich habe mir vorgenommen, mehr Rad zu fahren. Geht jetzt nicht, weil da Schnee draußen liegt, also mache ich das im Indoor-Training. Wir haben ganz viele Vorsätze und eines eurer wichtigsten Vorsätze müssen eure Prozesse im Unternehmen sein. Glaubt mir, es ist über 90% der Wachstumsentschleuniger im Unternehmen. Also der Grund dafür, dass Unternehmen nicht wachsen oder unzureichend wachsen, nicht schnell genug wachsen, eher vom Markt wieder verschwinden, das Produkt nicht schnell genug die Performance im Markt erreichen kann, Wettbewerb ist schneller. All solche Sachen sind abhängig von den Prozessen, die ihr ins Unternehmen integriert habt und die angeschaut werden müssen. Sie haben es verdient. Euer Unternehmen hat es verdient, eure Mitarbeiter haben es verdient. Also das ist mein Impuls für diese Woche und für dieses Jahr, was ja gerade erst angefangen hat. In diesem Sinne, ich bin raus, danke fürs Zuhören und bis bald.